Nach Gladbach-Spiel Dieter Hecking verlor nach dem 1.1 Remy von Borussia am Gladbach gegen Wehr der Bremen etwas die Fassung und brach ein Interview ab. So schildert der Fohlen-Coach die Situation. Quelle, Omnisport Der Coach de Borussia reagiert im Gespräch nach dem Unentschieden gegen Wehr der Bremen drastisch. Der Grund, bestimmte Fragen des Reporters. Der Mönch ein Gladbacher Fußballtrainer Dieter Hecking hat nach dem 1.1, 0.0, im Bundesliga-Spiel gegen Wehr der Bremen am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach ein Gespräch beim TV-Sender Sky abgebrochen und die Interviewzone verlassen. Reporter Markus Lindemann hatte wiederholt nach der sportlichen Situation von Borussia-Kapitän Lars Stindl gefragt. Der Mittelfeldspieler war erst in der Schlussphase eingewechselt worden. Vor fünf Tagen hatte Gladbach bekannt gegeben, dass Hecking die Mannschaft in der kommenden Saison nicht mehr betreuen wird. In der folgenden Pressekonferenz sagte Hecking über den Verzicht auf Stindl, das war eine meiner schwersten Entscheidungen, weil er mein Kapitän ist. Der Trainer wies darauf hin, dass der Spielführer zuletzt nicht seine normale Form erreicht habe. Liebe Leserinnen und Leser Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team